Ähm... 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 Ja... Okay, dieses eine Mal wollen wir ...kann doch erwischt werden. Ähm... Wir haben zwei Explosive Charges left. Ja, aber ein Dicks, die wollen wir nicht in die Luft jagen. Ich mein... Wer ist voll und mitten auf einer Baustelle? Hm... ja, vielleicht... Äh, ist ja genug. Ähm... Ich gehe davon aus, wenn wir auf dem Hügel sind... ...können wir... ...ganz ordentlich... ...arbeiten. Müssen halt nur gucken. Ähm... ...und ich muss gucken, welchen Leuten ich... ...und... 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 ...und dass die uns... ...äh... ...kostartiger mischen. ...und... ...und... Kontakt, AT-Soldier, 100 Meter, gleich nach vorne. Das ist das Problem, ob die Distanz. Okay. Crazy Distraction. Ja. Magie. 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 Oh, das ist ein Fisch. Oh, das ist jetzt ein Fisch. Das ist nicht ganz klar. ich habe zwei charges wenn ich habe würde die strom umgehen versuchen auch Inventory jetzt bin ich natürlich voll ich kann ich natürlich nicht jetzt gehts wieder Anti-Air Anti-Tank da schmeißen wir alle die Taume raus kriegen davon noch 2 davon Explosive Charge Ah das ist mein Gewehr natürlich absolut Wahnsinn dahin zu gehen dann mache ich nicht wieder raus ich weiß nicht wie weit da oben auf den Turm einer ist weil ja weiß ähm wenn ich mich hinter die Steine begeben könnte könnte ich mit dem mit dem Werfer auf die anderen Autos ziehen wenn ich denn schnell gut mich danach duppen kann um nicht entdeckt zu werden nicht ganz optimal aber straßensperre ich auch nie das wappen So, yes. We're trying to use some activity here at the camp. Maintain this pressure. Copy that, Falcon. Open fire. We've made contact. Over. Understood, but it's not yet enough. We see no reaction here at Tempest. Fall back. Oh, shit. These soldiers are all fine. I'm going to go around. 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 Falcon, we've made contact. Over. ok der schießt auf mich denke ich mal was ein bisschen problematisch ist es ist auf jeden fall schon mal zwei jungs weniger wenn es stimmt was ich da sehe sollten nicht mehr als viele bricht sagen und sollten die falsche richtung definitiv helfen sollte es dürfte theoretisch nur noch einer sein ich hoffe ich überlebe es das ist jetzt ein was Was? Was? Falcon, we've made contact, over! Understood, but it's not yet enough. We see no reaction here at Hamza. What the hell? What the hell? We see no reaction here at the moment! Hm... Okay... Hm... 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 ...is schon ganz cool, dass das durch einiges durchgeht. Ich weiß nicht, Falken. Danke für die Heads-up, aus! Safe game. Okay. Arme für Heiko incoming. Das ist doch mal was. Guck mal her. Du hast doch bescht... Granaten dabei. Shit. Shit. Das müssen jetzt eigentlich alle sein. Demnach... Nachladen. Das ist doch... ... ... ... ... Was ist das denn ernst? Das ist fire Okay, uh, load, autosave, yes. Damn it. Hostile down, das wäre ich doch gerne. So, Deco. Ah! Missing Glück. Oh, der Erlern-Werfer. Inventory. Weg tu! ok Rekrew alle Deter bewegen sich ich höre ein fahrzeug Reload, Reload, Reload Aaaaah, L is again now Oh shit Alright you lads have managed it but watch yourselves There's a small army headed your way Get the hell out of there We're moving to Comrade now Oh shit Comrade We need an extraction ASAP over Captain 1st aid kid Stop Roger that It heals This is Gammon, I'm in position Waiting for you guys, out Reload How is that? 1,5, 1,5 Ok push Ok Let's say There Yay I have one Irgendwo da Huh? Was? Inventar Ah Ablegen Schade ist, dass wir unseren Medic verloren haben Jawman ist secure Exfiltraten jetzt Start die Arbeit, gentlemen Now, let's get off this rock Sorry, Gru Schade, dass zum Schluss noch einer Drauf gegangen ist Weil jetzt könnte ich nochmal Anti-Gerge bauen Dah Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Hey, du hast doch einen Raketenwerfer, oder? Ich hätte den Anti-Header nehmen sollen, dann hätte ich noch den Heli abknallen können. Damit. Ja, wir haben aber mit C gewesen. Oder hätte ich grundsätzlich auf den Heli gewartet, hätte ich ja auch mit C gewesen. Hm. Sind wohl alle rausgestreckt. Das Problem ist halt, ich muss aufpassen mit meiner Munition, weil die ist bald weg. Naja. Ich meine, theoretisch. Mit einem Viertelst weniger. Wäre schön. Ähm. Aber was passiert? Ich bin ja. Wäre jetzt. Ich bin ja. Ich bin ja. zsu 39 tigress strider strider hmg specialist mit zwei mal transport und transport kam doch so viel fahrzeug ich dachte weniger gab ich habe ihn gefeuert und der kugel in modul erschlagen das wird wahrscheinlich auch als zerstört mit mir mein Name ist Nikos Panagopoulos und von was ich hier I owe you a debt of gratitude situation has not I will let commander Stavru share the details but let me say it is good news we together are determined to change the status quo ever since our legitimate government was overthrown we have waited for such a day thanks in part to you and of course our British friends over all these years we are much closer to being able to do that so thank you corporate carry now um um ich hoffe die Unser Munition von meiner Waffe weil ich sehr dankbar für Da werden wir in einem neuen Gebiet sind, haben wir ja nicht Beziehungszeichen Wir haben neue Informationen gebracht. Obwohl wir noch versuchen zu verifizieren, wir glauben, dass Nato bereit ist, um eine Invasion zu launchieren. Miller und seine Team haben bereits geflogen Nord. Der Objektiv ist, um die Anwesenheit zu sehen, und, wenn möglich, ein Kontakt mit Nato-Kommand. Also, während wir nicht wissen, nur ein Target macht Sinn. Der Hauptbahnhof, der untergeordnet ist, der CSET-AAF-Kontrolle. Wir werden die Situation beobachten, und vorbereiten, um unsere eigenen Strecke, wenn der Moment kommt. Unsere Target werden die AAC-AIRFIELD nach dem Süd, operiert entweder von der AAF. Wir werden die Bälke der AAF aus der Defensive des Hauptbahnhof, und die Nato-AIRFIELD nachdenken. Das ist das, was die Tide geht, Brüder. Wir sind stärker als früher. Ein Ende zu unserer Struggle ist, endlich in unsere Grasp. Let's not waste it. Okay. Istanbul. Haben wir irgendwo... Just in no doubt. Ja. Armory. Ach, war das nicht das Gebäude hier? Ich glaube nicht, dass es die Armory ist. Rangefinder. Haben die da ein einsamer Rangefinder? Oder Camcorder? Auf. Im Moment ist meine Wege. Oder nach. Unabhängig. Trollen Shrox. Wird nicht. Wird nicht. Wird nicht. Vielen Dank.